Das Center West erstrahlt in neuem Glanz und das freut natürlich auch Bettenreiter. Die Firma Reiter und ihre Kunden kommen aus den Feiern überhaupt nicht mehr heraus. Vor kurzem erst eröffneten wir die 17. Filiale in Wien am Viktor-Adler-Markt. Jetzt eröffnet das Center West neu und auch hier feiern natürlich unsere Reiterkunden mit. Deshalb gibt es bei Bettenreiter jetzt die Mehrwertsteuerwoche. Sparen Sie sich bei allen Artikeln die Mehrwertsteuer, ausgenommen bei bereits reduzierter Ware. Neu ist einfach immer besser.